All right, Leute. Weiter geht's. Walking Dead. Wir haben uns hier gerade scheinbar an das Banditenlager geschlichen, um rauszukriegen, wie viele das sind und was hier los ist. Aber scheint keiner da zu sein. Schau mal. Schau mal, Lee. Ich werde die Tänze anschauen. Kein Recon mehr. Das ist ja schon ein Angriff. Okay. Alles frei. Keiner da. Ja, genau. Na gut. Wie sieht's aus? War hier gerade jemand da? Aber es dampft immer noch. Oh, da war das die Asche. Auf jeden Fall sind sie nicht zu weit. Recently. Ja, na klar. Kein Benzin mehr. Was haben wir hier? Ein Kaufwagen? Noch nicht. We're moving a lot of stuff. Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid-sized. Kids? Okay. Looks like they expected to be here a while. Empty. Na, was ist da? Nix. Nix und wieder nix. Nix. Irgendwas ist hier doch fishy. Nur Müll, leere Boxen. Jack, I don't need that. So. Sonst noch was? Da ist nichts. Hier ist nichts. Dairy Box. Ah. Oh, was ist das denn? Oh, come on. Video camera. Let me see that. Good. Good. Hat er gerade gesagt, good? I see you handle that gun. I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Ich habe das Gefühl, wir brauchen ganz dringend Batterien, um zu sehen, was auf dieser merkwürdigen Kamera drauf ist. So, kann ich hier jetzt mal selbst reingehen? Genau. Let me see. Let me see. Sieht eher aus, als wenn die hier selbst geradet wurden. Na, was haben wir denn da? The hell? Ach, du Scheiße. Put your guns down. I ain't going back. You tell him, Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. You steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. Men who lived here. But it weren't safe. Not for me. Not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away. Into the woods. Wouldn't tell me where. And I begged them. Every way I could think. They just laughed. So I killed them. And I'm staying here, till she comes back to me. Don't kill us, though. She'll come back. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. Take a little girl. Take a little girl. Take a little girl. Woher hat Clementine's gut? Where did you get this hat? A little girl? You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. Irgendwas geht doch hier. What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah. Right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Look. There's two of us and one of you. No matter what happens. One of us is gonna kill you. Oh oh. Das geht doch böse aus. They couldn't kill me. They tried. Kill him everywhere. Take all the dead folks you want. We'll make more. Go on. Tell him, boys. Tell him what you got in mind. Oh. Damn. Wie ist er denn drauf? God damn it! You straight up murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. No, she was pointing at me. Bitch. Nee, nee, nee. Irgendwas ist doch falsch mit den Leuten. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still. What a waste. So. That's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea, to go trompin' through the woods looking for them. So yeah. Okay, glasklar. Die haben irgendeine große Scheiß zu verbergen. Irgendwas ist auf der Kamera. Und sie hätte es ausgeplaudert. Genau. Nimm den Scheiß Crossbow mit. Ah, du bist doch ein creepy Penner. Nee, 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 nee. Jetzt gefällt's mir hier gar nicht mehr. Oh, Mann. Irgendwas ist da, was ich nicht sehe. Mann, das war ein helles Rett, huh? Jesus, Danny? What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend. You're back! What happened? Handled it, Mama. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw up for everybody then, why don't you? Ach, ihr beiden. Die wollen einfach fighten, die haben sonst nichts zu tun. What's going on with them? Ja, genau. Squabbling looks like. A lot of tension with y'all, huh? Don't mind them, it's how they are. Each of them wants to be in charge, you know? Well, it's probably just the hunger talking. We all did a little testing. We'll fix that shortly. And Lee? Don't worry about them bandits. I'm sorry, you've seen more violence than I'd have thought in your short time. But you all are safe here. Don't worry. dass die alle so ruhig halten. You gotta go and look around. Don't worry too far. Dinner will be ready before you know it. Oh, thank you, friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lass. Ah, okay, die Kuh ist da drin. Okay, dann schauen wir uns doch mal die Kuh an. Irgendwas soll ja mit der los sein. Ja, ich versteh's nicht, dass die alle so ruhig sein können, obwohl sie fast am Verhungern sind. Die würden sich doch auf alles stürzen, da muss doch nicht groß gekocht werden. Ja, was zur Hölle ist mit dem Hut los? Wann hat Clementine denn mit denen irgendwie Kontakt gehabt? Sie meinte, sie hat den Hut an dem Motor-Inn verloren. Aber, hm. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin verwirrt. Na, ist die Kuh trächtig, oder was ist los? Hm, ich kann mich nicht erinnern, jemals ne Kuh angefasst zu haben. Ich glaub, das ist genauso scary für mich wie ein Pferd. Wir sehen uns, Clementine. Was ist das Ding? Danny sagt, es ist ein Saltlick. Ja, aber nicht leckern, es ist schuldig. Hast du leckern? Ja, sie hat's ausprobiert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Natürlich hast du das. Ja, hier. Dein Hut. Die macht Augen machen. Mein Hatt, du hast es gefunden. Ich wusste, du hättest es gefunden. Du sagst, du würdest. Hör, hörst du, hast du dein Hatt jemandem gegeben? Nein. Hast du, hast du, hast du einen Strangeren im Motor-Inn gesehen, die ihn mitbekommen haben? Nein. Warum? Das ist wahrscheinlich nichts. Lass mich wissen, ob du das ever gesehen hast. Okay, ich will. Hey, Lee. Hast du, hast du einen Motor-Inn gesehen? Hast du, hast du einen Motor-Inn gesehen? Wie du? Das ist nett. Du wärst ein guter Vater. Na ja, danke, dass du mein Hatt gefunden hast. Du bist willkommen, too. Willst du die Kuh mit mir spüren? Ja, aber geh auf. Wie sie es schaffen, in dem Spiel irgendwie noch so eine süße, unschuldige Beziehung zwischen dem Kind und ihm hier aufzubauen? Ohne das war es wahrscheinlich viel zu düster. Ja, was ist mit der Kuh los? Wie ist die Kuh? Well, besser, dass wir jetzt einen Dock auf der Kiste haben. Hm. Aber es redet auch keiner drüber. Wir haben diese Frau in den Wald. Sie scheint deinen Bruder zu kennen. Ja, er, äh, er spricht wahrscheinlich ein bisschen mehr als er. Hm. Ja, aber das war nicht wirklich, was ich wissen wollte. Ähm, wann denkst du, äh, wir können essen? Hügel, hm? Nichts Worte. Mama kässt ein gutes Gras. Und hat Duck vielleicht was gesehen? No, not really. Hm, das ist alles lustig in hier. Aber wie Manure. Was ist Manure? Duty. Haha. Kinder? So geil. Sich angehört wie einer von Beavis und Buttit. Haha. Muuu. Ja, wie geht's dir denn, Kuh? Sie sieht nicht wirklich dünn aus. Aber ich bin auch nicht wirklich der Kuh-Experte. Also schauen wir uns mal um. Was gibt denn hier? Futter und... Nö, sonst nichts. Ähm. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Ich sehe, dass da unten rechte Maustaste Back steht. Aber was ist, wenn ich keine Maus habe? Hahaha. So, die Erklärung für den Fadeout gerade ist, dass ich ungefähr eine Stunde nach einer Maus gesucht habe. Hahaha. Ich spiele nie mit Maus. Jetzt muss ich wohl, weil denen im zweiten Kapitel auf einmal einfällt. Och, da gibt es ja noch eine rechte Maustaste. Also gut. Scheiben wir überhaupt nichts. Hätten sie ja wenigstens mal was hinlegen können, was man... Ah, genau. Speaking of the Devil. Wow, spannend. So, was haben wir denn hier hinten? Uh. Da will jemand nicht, dass wir irgendwo rein wollen, ne? Ich sag's doch. Zombies. Hunderte. Hahaha. Na, wir passen auf jeden Fall auf sie auf. Ich weiß, dass du will. Schau, der Mann mit Kacchan, was ist der Name? Er hat es richtig festgelegt, als wir in uns kamen. Ich habe definitiv gehört ein Geräusch da hinten, Lee. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also, geh holen einen Hammer oder was, und ich habe das Ding auf in einen Moment. Du gehst mich auf, in case die Farmers gehen. Oh. Oh, Mann. Ich denke das durch. Du schraubst das Lock. Dann, was wenn es dir so falsch ist? Du einfach hast deine Chance zu bekommen, um ein gutes Essen an die Kinder, die du versuchen zu schützen. Okay, könnt ihr wirklich sein, dass er einfach nur paranoid ist, aber wir merken ja alle, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Hm, gute Idee. Ja, der will doch nicht, dass wir da reingehen. Naja, klar, ist er offensichtlich mit dem Schloss. Ja, genau. Ja, da stinkt doch was. Oh, wir sollen ihn ablenken. Kenny hat da irgendein Geräusch dahinter gehört und als er reinkam, hat er es abgeschlossen. Hat er noch was zu sagen? Hat er eine Idee, wie wir Andy ablenken können? Ich weiß nicht, Mann. Schau einfach etwas außerhalb des Barges. Wir brauchen ihn hier raus. Hier in den Gattern lag nichts. Schauen wir uns erstmal draußen um. Aber wir brauchen immer noch einen Schraubenzieher. Oh, da war eine Werkzeugkiste, wo die Säge lag. So simpel. Ja, er schüttelt den Kopf. Wir sind auf einer Wellenlänge. So, wo war der Werkzeugkasten? Stand hier draußen? Yeah. Here we go. Oh, perfekt. Okay, brauchen wir die Säge auch, ne? Bretter. Können wir auch nichts mit anstellen? Der Generator. Uh, der Generator. Hoffentlich sieht es die Mutter da oben nicht. Okay, hier ist der Paar. Oh, und wir... Ah, oh, ho, 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 ho. Na, das wird uns ja auf dem Silberblätt... Tablett präsentiert. Okay. Looks like that film's driving the, uh... Whatchamacallit? Uh... The Generator... The Generator... Okay, mit dem Multitool? Ich will's ja auch nicht wirklich kaputt machen, sonst haben wir ein Riesenproblem. Aber so einfach anfassen, geht auch nicht, oder? Ow, dammit! Nein, sorry, Dude. Äh... Mal gucken. Ow, dammit! Thing is moving fast. Ah, ich bin ja auch im Trottel. Vielleicht einfach erstmal ausstellen? Yeah. Musst ja nicht gleich weinen. Na, machen wir's halt so. Ja, 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 ja. Brilliant. Und da ist er. Ach, ja. Ah, das war ja auch sehr unauffällig. Dass ihm nicht auffällt, dass der Riemen komplett fehlt. Dumm-Di-Dum. Oh, diese Maus. So. Ja. Hey, Kenny. Hm. Dann sollte er mal vielleicht die Tür kontrollieren, oder? Oh, dammit! Dinner time! Mom! Dad! Dinner time! It's dinner time! Okay, Honey. Let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, Honey. Kenny, come on. Don't let your children wait. Hey, I'll make an excuse for you. Get that thing off! Okay, okay, okay. Hm, jetzt wär ich ja echt nervös. Hier gibt's doch bestimmt wieder irgendwas, was wir versauen können. Okay, Nummer eins. Nicht fallen lassen. Was? Na, okay, ist wahrscheinlich so gedacht. Zwei... 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 Okay... Okay... Yes! Ach du Scheiße! Oh! 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 Um... Okay... Halb plausibel... Ich hoffe, es ist nicht was ich denke was es ist. Es ist halt immer noch The Walking Dead. Sit down, I'll go get the meal. Oh! This is a delight! I could eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around on the dirt all day. Ja, mir ist gerade gar nicht gut. Irgendwas. Ah, you look good as you are. Oh, was ist das? Okay... Sieht so aus, als sollte ich das machen, oder? Oh, nicht, dass die mich hören. Uhhh... Das ist echt gut gemacht. Was zur Hölle läuft hier? Und wo ist der Kerl? Ich weiß, was hier abgeht. Ach ne, nicht wirklich. Ja, ich weiß, was die gemacht haben. Ich weiß, was für ein Storm hier kommt. Oh, ich glaube, ich sollte mich beeilen, wenn ich hier oben schon rumschnüffel. Ah... Morphium... Kerzen... Handtücher... Ehh... Ehh... What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline... What would dairy farmers need with this kind of stuff? Hmm... Hmm... Where is that cord going? Ah... Okay... Die haben ja extrem viel Zeug, was man so ein bisschen zum rumdoktern braucht, wa? What the hell? Salzlösung... Gase... Ja... Ich wusste es. Ah... Scheiße... Jetzt... Ah... Jetzt wissen wir, wo das verdammte Essen herkommt. Mark... Die kranken... Penner... Brothers... The hell happened to your legs, man? Don't... Eat... Dinner... Her... Oh, 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 oh... Oh, barbecue... Oh, wie ekelhaft... Ren... 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 Oh... Don't eat that! What? Huh? Uh... Lee... Jesus, man! Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee! This lady has made you a meal! Yeah, Lee. What's gotten into you? He just had a start. He could use some goddamn manners! Mark is upstairs with his fucking legs cut off! You're eating him! The hell? You're scaring the kids, Lee. Oh... Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily! There's always something with this guy! Mom, I was eating that! What is going on? Go upstairs and look! You'll find a guy with both of his legs hacked off! This is a dairy, not a ranch! Think about it! It's true, wasn't it? Everything could have turned out okay for you folks! He could have died anyway! We gotta think about living! Settle down, honey! Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste! It's how I was raised and how I raised my balls! How? How? There's a monster roaming around, that do nothing but eat people! And for what? To continue to rot till they eat some more! We think we can put that meat to better! You're all sick! Sick in the head! Lee, that's not a very nice thing to apply! And he's back! We go after folks who were gonna die anyways! One way or another! Like y'all! Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere! We got lots of food all right here! What the bus! The fucking black fuck! Put your guns down! We're walking out of here! Mommy, I don't want to die! Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay! Lee? Lee? Arco time. Yes! Oh... I'll kill you! Hoffentlich kriegen wir eine... Oh, da kommt er runter. Eine Chance, den zu breit zu prügeln. Oh man, das ist doch zu viel! Oh... Man, man, man. Ein weiterer Tiefpunkt. Hahaha. Eine Person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. Who has to do it? God damn it! If you had to try and get free, my dad. Now's not the time. You okay, Clementine? They... They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee! Those Psychos have my family. And we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn dumb sucker was the one who brought us here! Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Come on, Larry. Do you really want to attract their attention? Yeah. I want to attract their attention. So I can fucking kill them! I guess your new girlfriend wasn't all she was cracked up to be. What the hell are you wrong with? You used to give me my days ration back at the motor lodge. And you went out of your way to be an asshole to me tonight. You must really hate me. But guess what? You're stuck with me. I plan to be around long after you got. And if you turn, I'll be the one to put the axe through your skull. Dad! Open up, goddammit! I'm not your enemy, Larry. I don't believe you. Don't forget. I know who you really are. Yeah, whatever. Ah, what's have we here? Shelfs? What's on there? Shelfs are pretty sturdy. We could climb up. Yeah, but there's no way out through the sea. Good idea. Boxes. Boxes. Mit Sprengstoff. Pff. I don't wanna know what kind. They're not gonna open the door. Can there be a hole behind these pallets? It gives you the right to chop people into meat. No such luck. Okay, then have we da oben noch. Und den AC. Na wunderbar. Oh shit. Der packt's nicht. Oh. Damn it. Dann kommt er gleich wieder. Ach du. Ja. Doch verdammt. Oh Gott. Es wird immer besser. Nee, ich glaub nicht, man. Hm. Doch man. Ja, müssen wir machen. Komm, ansonsten. Oberste Zombie-Apokalypsen-Regel. Oh Gott. Jetzt machen wir uns einen riesen Feind. Oh. Hardcore. Und. Alle mal weggucken. Oh man. Ja, das war klar. Clementine. Clem. Oh Gott. Oh ja, das wird's jetzt gerade verstehen. Hopf. Like what? Hm. Hm. Ha. Your walkie-talkie. Das ist das Richtige, oder? What about your walkie-talkie? Those pretend talks with your mom and dad. Don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? Na klar. I'm working on it. Oh. God damn it. Ähm. Bevor wir weitermachen, mach ich mal Schluss. Komm wieder, klar. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.